So, hallo, vor kurzem strecke ich nicht mehr das Fahrrad. So, hallo, jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Werkstattdurchgang. Wir haben jetzt schon 20 Uhr, es ist Freitagabend, gehen wir geschwind zu dem 111er. So, kommen Sie geschwind, gehen Sie geschwind voraus, gucken Sie mal, was da Schönes liegt, auf dem Boden. So, Achtung, da haben Sie die Motorhaube schon vorbereitet zum Einbau. Das Wichtigste ist schon montiert. Das haben wir jetzt hier auch alles schon gesehen, das haben wir oben schon jetzt auch schon ziemlich fertig. Also wir haben die Kotflügel jetzt dran, wir haben den Schwellerchrom dran. Die Spaltmaße sind schon eingestellt, die Türen sind drin, die Scheiben sind drin. Also der Abstand stimmt da hinten vorne ganz genau. Türgriff hält noch. Innen ist auch schon montiert, aber ich kann es jetzt gerade nicht weiter, ich könnte, aber das reicht ja. So, wir schauen das nächste Mal den Wagen von oben an. Da ist ganz wichtig, also da dürfen Sie keine Finger reinstecken können, das liegt auch alles sauber an. Das ist jetzt noch ein bisschen vertappt. Und die Felge, die, schauen Sie gerade, das sind jetzt die zum Rumschieben, die kommen dann drauf. Die waren vorher auch schon drauf, die machen wir dann da drauf. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Kommen Sie geschwind mit. Kommen Sie, das sieht alles prima aus hier. Der hat Breitreifen drauf gehabt. Das sieht man da dran. Also ist alles noch gesund. Da haben wir die Queerlenker, Lager, die hintere ersetzt. Die Traglenke sind drin. Und die Gummilage, die vom Stab hier, die äußere haben wir auch neu reingemacht. So, und da hat die ganze Stelle da vorne noch gesund. Also ist alles original. Also alles so, wie es gehört. Das ist also ein schöner 124er. Achtung, hinten, da gibt alles voll. So. Da ist schon reingekommen, guck mal sehen. Die Lager, das war halt ausgeschlagen. Stoßdämpfer schon drin. Jetzt kommt noch eine neue Feder rein. Die liegt da unten schon. So gehen wir geschwind. Wo wissen wir, was da alles rumliegt? Alles. Das muss jetzt alles entsorgt werden. Das ist von drei Autos. Das muss raus in eine Regale. Hat man ja nicht geschafft. War gerade ein bisschen viel zu tun. Das kriegt der Kunde jetzt noch alles gezeigt, wenn er sein Lager abholt. Das ist alles verschleißt. So, kommen Sie geschwind. Gehen wir geschwind drüber noch geschwind. In die Bleichnerei. Gehen Sie gerade geschwind voraus von euch. Da muss man es immer sehr langsam machen mit der Kamera. Ja, habe ich schon gemerkt. Wenn man die Kamera schnell hin und her bewegt, dann zappelt die Zuschauer rum. Das muss man immer langsam machen. So, machen wir die Investierung noch mal ein bisschen. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig. Dann muss noch mit der Punktschweißzange geschafft werden. Da haben wir einen Teil erseits gemacht. Es muss auch noch geschliffen werden. Das ist hier verzint. Das haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt. Den Wagen habe ich auch im Vorabschau gut gezogen. Den habe ich vorab schon gefilmt. Das ist jetzt gerade jetzt einmal eine neue Filmung. Also könnte sein, jetzt gucken wir uns nicht ganz genau an das Auto. Ich habe das Auto separat schon komplett durchgefilmt beim Unterboden. Das kommt dann separat. Äh, wo die bis zum Ranty hält. Man hat das schon mal die Blinkerlöchlin da hin zugemacht. Gucken Sie da hin, das habe ich ja auch schon gezeigt. Also da haben wir ja den Wagen. Das habe ich ja auch schon mal gefilmt gehabt, glaube ich. Das wird vielleicht auch mal eingestellt. Da ist rumgeschweißt. Das hat man halt irgendwann mal so gemacht vielleicht. Ich weiß nicht. Die müssen halt rausgeschnitten werden da hinten. Nein, gefertigt werden da hinten. So. Da ist halt auch nicht so ganz toll. Und hier hinten ist auch nicht toll. So. Dann machen wir es nochmal geschwindet aus nochmal. Wir gucken mal geschwindet, ob die Treppe noch was ist. Bis gleich. So, jetzt ist mir doch noch was eingefallen. Wir können das G-Modell jetzt schön anschauen. Der ist jetzt frisch lackiert. Da können wir auch schön einmal so rumlaufen. Die Tür ist nicht richtig gut, da haben wir es. Und jetzt geht's mal zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe jetzt auch heim. Also Dankeschön, bis zum nächsten Mal.